Deshalb fragen wir gleich mal, was hat euch denn in dieser Studie jetzt am meisten gefallen? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal alle durch, dass jeder mal was sagt. Einfache Munition, eine Studie vielleicht? Also ich fand den Aufbau ganz gut, am Anfang relativ einfache Studierungen und nachher natürlich in dieser Gruppenaufgabe der Studierer war. Ich fand den Aufbau ganz gut. Für mich fand es gut, dass ihr die Experten rund umgebracht habt. Also dadurch hat man dann noch eine Variation für, also dass nicht immer die vier Trommler in der Herkunft gewandt haben, sondern dass jeder... Ja nochmal, ich ziehe jetzt hier nicht die Refektion für unsere Defektion, sondern das recht. Ja, mir hat das gefallen. Ich glaube, da habe ich auch gefragt. Ne, ich war halt... Da fand ich nützlich nicht drin. Ich würde da zum Beispiel sagen, welchen Rhythmus waren die besonders schwer, ich bin von mir am breitesten... Ich wollte ja jetzt was anderes sagen. Er hat gesagt, die Stimme fand ich für sich. Was heißt denn das? Einfach nur noch Fragen. Aber das ist ja eine Bombe. Ja, ja. Ja, man hat halt gesehen, das war eine Reinhaltung am Anfang, die du dann gemacht hast. Mit dem Klatschen. Und auch du. Und dann kam eben der Auftrag, mit der Arbeit und mit der Expertenrunde, mit der Gruppenaufteilung. Und dann am Ende dann alles präsentiert. Und das war dann halt so der Schluss von der Studie. Das hat halt alles aneinander aufgebaut. So gegen eine gute Erfahrung. Das ist halt... Ja, ich finde die einzelnen Gruppen auch gut. Also es war jetzt ein Beispiel, was sie kombinieren manchmal. Aus der Konkurrenz, wie sie auch seinen eigenen Stiftung existiert. Aber ich weiß noch mal ganz, dass die ganze Zeit wieder... Vielleicht stehe ich eigentlich zu weit ein, und stehe ich nicht da, denn dann hat man doch noch eine Versorgung. Ich schließe noch gerne die erste Frage. Das ist ja ein bisschen, weil die das feinig, wenn sich halt isoliert hat und auskommt, und dass jeder Gruppe da eben mit seinem Fachmann und dem Sinn hat, wenn da nicht irgendwie überfordert war, weil wir würden auch das vorhin. Und das sind eben das ja ganz plötzlich zum Ganzen. Ich glaube, ich schließe mich auch mit den Vordüngern an. Ich fand halt auch gut, dass es abwechslungsreich war, dass wir am Anfang halt mit der ganzen Gruppe, wo wir beide halt geklatscht oder gestampft haben, wie wir das am Anfang gemacht haben, dass wir dann in eine kleine Gruppe reingegangen sind, und dann ganz am Ende noch so mit der großen Kapelle fand ich halt auch super. Eine super Idee, dass wir das dann nochmal alle zusammen gemacht haben. Ja, also ich glaube, ich kann eigentlich nichts Neues mehr sagen, außer dafür, dass ihr halt die Ersten wart, und dann überraten mich vielleicht, was sie von mir nicht mehr als wir erwarten. Ja, fand ich wahnsinnig. Ja, das ist auch für uns unterhaltsam und eigentlich abwechslungsreich zuzugehen. Ich habe jetzt auch was gemacht, dass wir alle immer was zu tun hatten, immer mit anderen Leuten auch zusammen mit auch was zu tun hatten. Ich glaube, ich wollte jetzt nicht so, dass wir euch üben werden, was ich gut fand, sondern generell jetzt die einzelnen Gruppe. Ich zum Beispiel fand jetzt am meisten, obwohl ich da auch schon am Anfang in der Kurve war, aber am meisten hat mir Spaß gemacht, wo ich auf den Petschi begehauen habe. Ja, dann waren auch okay, aber das hat irgendwie der Konzert und Stick. Beide hat bei mir am meisten Spaß gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt euch bewerte oder die Stunde. Also ich finde, man hat gemerkt, ihr habt auch so ein bisschen Rhythmus-Erfahrung. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch ein Instrument spielen, aber da waren so einige Rhythmus dabei, die so vielleicht auch mit Schlagzeug zu tun hatten und so. Und da habt ihr auch gute rausgesucht. Das hatte geplant. Genau. Genau. Genau.